hallo und herzlich willkommen es geht weiter wir sind im kapitel 4 und ich habe ja echt schon gewartet der gute rick hat mir erzählt anfang dezember soll es weitergehen aber jetzt ist es endlich soweit ja ein bisschen gedauert und ich war echt aufgeregt ich habe jeden tag ins team reingeschaut und wir schauen wie die geschichte weitergeht ins kapitel 4 jetzt ich bin echt gespannt so war ein langer flug und ich werde immer schwerer wie es aussieht ruhig aus aber bleib in der nähe das orakel sagte es sei in einem gebäude ohne ecken auf einer fliegenden insel zu finden dougatou ist die einzige fliegende insel die ich kenne hoffen wir dass es hier ein paar antworten gibt die mary ist immer noch da wie ich sehe okay ja schauen wir uns hier noch mal um ob es irgendwas noch hier entsprechendes gibt ja wir wissen ja wer den kaputt hat eine ahnung was mit dem steg passiert ist vielleicht gab es einen angriff oder das ding ist einfach aus alter schwäche abgestürzt oder ein unfähiger genie butterblume hat auf dem weg hier her tapfer gegen alle winde gekämpft aber nun scheint sie am ende ihrer kräfte sie hat sich eine auszeit verdient ich wusste gar nicht dass sie jetzt dann hat sie den namen bekommen ich bin ein bisschen hier können wir noch in den abgrund schauen das ist tief da möchte ich nicht hinunterfallen ein luftschiff wie man es auf einer fliegenden pirateninsel erwarten sollte ich würde nein ist das die mary das hieße verflixt okay sie denkt jetzt natürlich nate ist irgendwie hier schauen wir hier noch was liegt hier rum schnecken seltsam warum kleben hier wasserschnecken am steg vielleicht dachten sie es ist ein steg und zu einem steg gehören schnecken egal ob er im wasser steht oder in der luft schwebt aber die können wir noch nicht mitnehmen ich denke die werden wir aber nachher irgendwas würden die zu bedeuten haben eine ziemlich verbeulte pfanne sieht aus als hätte sie eine explosion überstanden oder einschienen wir nehmen die pfanne mal mit hier im inneren sind verkrustete salzreste und jetzt raten wir uns die schnecken nein wird es wahrscheinlich nicht gehen ich habe ich habe es echt zu lange nicht mehr erzmagier ach wir haben den erzmagier der erzmagier hat die lange reise von seefels hierher gut überstanden ich hoffe das orakel im haus ohne ecken kann mir sagen wie man ihn zurück verwandeln kann sollen wir ihm was zum essen geben hier ein paar schnecken geht anscheinend nicht auch die irgendwas sie benutzen wird auch nicht gehen mit salz die schnecken vertreiben können wir auch noch nicht dann schauen wir mal rüber der rote pirat wird wahrscheinlich sehr verirgert sein jetzt was ist denn da los ferner haben sie den fez des staatsanwalts geklaut ihn bewusstlos geschlagen und einen teil der insel durch magie beschädigt wir haben den blöden affen nicht bewusstlos geschlagen er hat sich selber ausgenockt die angeklagten sprechen nur wenn sie gefragt werden und nennen sie den herrn staatsanwalt nicht einen affen dürfte ich erfahren was hier los ist wo schuldig zu sehen wer ist dick ruhe dies hier ist eine gerichtsverhandlung und kein zirkus ich stelle die frage gern noch einmal was ist hier los man hat vier und mich grundlos festgenommen mit dir habe ich nicht gesprochen die beiden haben versucht meine zauberlampe zu stehlen und sie haben meine insel beschädigt außerdem haben sie meine freundschaft missbraucht und wollten mich hier alleine zurücklassen so wie alle anderen der hässliche ist bekannt dafür hört hört aber damit ist nun schluss hier wird fair und unabhängig über beide gerichtet werden dann verlange ich ein ich schätze du bist der rote pirat du hast von mir gehört hat häufiger von dir erzählt nur schlechtes hoffentlich vor allem dass du ihm kopfgeldjäger auf den hals gehetzt hast weil du dein schiff zurückhaben wolltest die mary ist nicht sein schiff ich habe sie in einem fairen spiel gewonnen du hast betrogen ja und zwar besser als du also habe ich fair gewonnen das ist missachtung des gerichts es soll auf dieser insel ein praktisch allwissendes orakel geben so ist es allerdings sprechen leute von außerhalb normalerweise durch spiegel mit ihm ich schätze mal es ist in dem runden gebäude da drüben so ist es und du bist nicht hier weil du mich bestehen willst oder um deine freunde zu retten nein wieder noch wir wollen auch gar nicht gerettet werden das orakel ist der spannung hier wieder der durch ich lasse euch jungs jetzt alleine weiter spielen na hört mal immerhin geht es hier um tod oder langsamen schmerzhaften tod komm schon irgendwo meine hände schlafen langsam ein komm mir nicht so du hast mich ohne ein wort sitzen gelassen du du mensch wirst du vielleicht die staatsanwältin sein meine liebe was ist das ach das das ist nicht so wie es aussieht nicht so wie so hast du eine wassermelone verschluckt also schön ich bin schwanger aber aber ich habe nicht kaum bin ich weg schmeißt du dich dem nächsten kerl an den hals ich habe mich niemandem an den hals geworfen du bist einfach abgehauen aber nur weil ich bin nicht schwanger lass mich einfach in ruhe nate bonnet ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und hier ist das observatorium haus ohne ecken das muss es sein ja so ich bin schon so gespannt auf diesen alten spannung man kommen wir hier rein ja sie packt noch ein bisschen das macht nichts gehen wir noch mal einen schritt zurück sie kommt noch nicht ganz rein na auch kommen ah jetzt haben wir es geschafft okay gut betrachtet das gebäude hat keinerlei fenster diese tür scheint der einzige zugang zu sein aber die tür ja ist zuge massiver stein nichts und ich sehe keine türklinke oder dergleichen ja aber hier gibt es doch eine luke mit dem man mit dem sprechen kann oder eine luke in der wand nichts drin eine flasche so etwas wie kartoffelchips und toilettenpapier man muss es dem orakel immer bringen das zeug besteht praktisch nur aus wasser zucker und farbstoffen und jetzt soll ich etwa den ganzen krempel besorgen damit ich reingelassen werde daumen mir tun die füße weh hier ist es heiß und ich habe mich gerade mit meinem ex freund gestritten wehe deine informationen sind nichts wert okay also wir müssen den energy drink basteln gibt es hier noch irgendwas zu tun nee wir können wieder ein bisschen zurückgehen schauen wir uns hier mal um das hier ist das observatorium wir können die pflanzen hier ein bisschen anschauen piraten haben nicht viel sinn für schönheit dafür sind sie praktisch wachsen von kartoffeln bis hanfpflanzen alles was piraten zu brauchen ja dann kartoffeln für kartoffelchips das ist ein anfang genau nehmen das muss reichen okay der wassertrog ich hoffe nicht dass wir das wasser ist ziemlich dreckig es wurde seit langem nicht mehr erneuert ich hoffe nicht wir müssen damit unseren energy drink machen aber ich probiere es trotzdem aus ich nehme die flasche in ordnung okay etwas rundes unter einem tuch es bewegt sich okay was befindet sich denn unter dem tuch er ist schrecklich der rote will nicht damit rausrücken hütet das ding wie seinen größten schatz eine insel auf der es eigentlich vor piraten wimmeln sollte wurde verlassen es gibt eine gesteinstatuen der einzige überleben ist ein sammler magischer artefakte und er versteckt etwas kopfgroßes unter einem tuch der medusa würde ich tippen ja wer ist schrecklich das hatte ich auch schon vermutet oder der kopf von justin bieber ich ziehe nur nicht so gerne voreilige schlüsse okay also den wollen wir wahrscheinlich nachher irgendwie austauschen müssen der kopf der medusa ist eine gefährliche waffe ganze armeen wurden mit ihm aufgehalten mir wäre es lieber wenn er sich nicht im besitz eines labilen piraten befinden würde okay roter pirat schauen wir mal da nate hat viel von seiner alten nemesis dem roten piraten erzählt einer der kopfgeldjäger des roten muss ihn erwischt haben ich meine selbst nate wäre nicht dumm genug freiwillig hierher zu kommen okay wir können mit ihm auch noch mal sprechen hier haben wir einen schlüssel mit dem schlüssel kann man vermutlich die büßerbalken aufschließen hätte ich vor einen der beiden zu befreien würde mich das bestimmt sehr interessieren ja nate müssen wir nachher wahrscheinlich hier der staatsanwalt der staatsanwalt scheint mit der prozessführung etwas überfordert zu sein zumindest macht er keinen sonderlich professionellen eindruck entschuldigung herr richter ja diese drei zeichen über der luke beim observatorium das sind opfergaben wenn man das orakel vor einer großen fahrt nach dem wetter fragen will legt man die dinge die das orakel haben will in die luke und wird dann zu ihm vor gelassen so ungefähr habe ich mir das schon gedacht na klasse das orakel will einige ungewöhnliche dinge haben das ist häufig so es ist ein seltsames wesen und ziemlich unverschämt mehr als einmal wollten wir es von der insel verbannen aber dann hat es uns jedes mal vorhergesagt was das für schreckliche konsequenzen hätte und wir haben es gelassen wo soll ich die sachen herbekommen hm alle läden sind geschlossen es gab da eine art unfall und die bewohner der insel sind vorübergehend verreist ich behalte als ihr vertrauenswürdiger und zuverlässiger anführer ihre sachen im auge lass dir also nicht einfallen etwas zu still nein wir doch nicht wir nehmen nichts einfach so wie läuft die gerichtsverhandlung nicht übel der angeklagte verheddert sich in einem netz aus widersprüchen diese gesamte veranstaltung ist doch lächerlich und ich bin unschuldig siehst du warum gibt es diese gerichtsverhandlung überhaupt ich dachte unter piraten werden solche dinge informeller geregelt das ist der neue wind der auf tugator weht keine impulsiven bestrafungen mehr hier herrschen recht und ordnung es ist für jedermann sicher zurück auf die insel zu kommen dem roten sind die piraten weggelaufen und jetzt macht er einen auf besonnener anführer ruhe ich denke ich habe die verhandlung lange genug gestört richtig wo waren wir okay hier haben wir alle angeschaut da geht es in sein schluss rein aber da würden wir wahrscheinlich nicht rein dürfen mhm das tor ist verschlossen und diese da geht es zum hafen Bilder von schiffen zeichnungen von frauen mit kleidungsfehlfunktionen und eine position nichts interessantes dabei kleidungs die medusa verwandelt jedes lebewesen zu stein das sie betrachtet das ist ein uralter zauber tausende jahre alt ich würde den armen menschen gerne helfen aber diese alte magie ist sehr mächtig damals kannten die menschen die natur gesetze noch nicht die magie konnte praktisch tun und lassen was ihr gefiel ach das ist der grund ok ähm seil können wir immer gebrauchen ich möchte wetten von guter qualität piraten kennen sich mit sowas aus ok ja komm das nehmen wir gleich das seil ja nimm nimmseil gut und damit müssten wir uns eigentlich doch hier hoch schwingen können können oder nate hat oft von dieser insel erzählt er hat seine kindheit in neu altdorf verbracht aber es war immer sein ziel hierher zu kommen tugator die fliegende insel der piraten war der ort an dem es ein junge von der straße zu etwas bringen konnte wenn es nach mir geht kann er den rest seines lebens auf diesem felsen verbringen ok also betrachte das geschäft ach wir kommen auch so hoch hm ein klamotten geschäft ich mag keine umständlichen kleider wie mutter sie mir immer aufdrängen will aber abgerissene kleidung für männliche piraten es muss doch auch etwas dazwischen geben ok ich tipp einfach na doch nicht ich dachte damit hätten wir jetzt irgendwas benutzen können ähm kopftücher für piraten glatzen verwegene augenklappen abgerissene seile als gürtelersatz nein das kann ich alles nicht gebrauchen moment aber hier so ein haken könnte nützlich sein ja dankeschön endlich ähm haken mit seilen ich müsste die manschette des hakens eng ums seil knoten können und schon haben wir einen enter haken hält so oder einen angelhaken je nachdem wie groß es ist das sieht man ja leider nicht immer ok hier können wir nichts speziell mehr machen und ähm komm ich damit rüber zur mary ja dass sie doch gut ist und und ala hepp sehr schön und jetzt wird sie sich unten lang hangeln oder ja dann wird sie seiltans machen das wäre einfacher wenn ich meine füße noch sehen könnte nate und das vieh halten nicht viel von ordnung nate und das vieh halten nicht viel von ordnung in den ersten tagen unserer rundreise mit der mary habe ich noch hinter ihnen hergeräumt das habe ich dann aber schnell aufgegeben und in ordnung ich schneide die scheiben so dünn wie möglich jetzt müssen wir es nur noch irgendwie frittieren oder das ist nates glückskopftuch er er hat es immer getragen wenn er mit der mary in stürmisches wetter geraten ist das vieh und ich haben uns darüber lustig gemacht dass es jedes mal mit glück zu tun hat wenn nate hinters steuerrad tritt okay das nehmen wir auch mit die kartoffelchips müssen wir natürlich noch ein bisschen salzen oder oder auch nicht die dünnen kartoffelscheiben kommen in die pfanne so genau die schalen habe ich dran gelassen das sorgt für extra geschmack sobald ich ansonsten fertige kartoffelchips habe kann ich sie salzen vorher macht das keinen sinn okay 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 dann brauchen wir jetzt ein feuer und da hinten hat es doch den ofen was haben wir noch alles wir haben das steuerrad wir haben die kanone butterblume ist zu erschöpft um mich noch viel weiter zu tragen aber die mary kann ich auch nicht einfach stiehlen sie und nate sind ein eingeschworenes team sie würde nicht auf mich hören okay da drüben ist die kanone nachdem wir die erzhexe besiegt hatten kehrten wir zurück zum tempel wo wir die mary zurückgelassen hatten wir flogen mit ihr nach seefels und nate feuerte drei salutschüsse ab es gab nur wenige verletzte aber ich bat ihn trotzdem damit aufzuhören als ich nate zum ersten mal sah sah säß er in genau diesem käfig wie kopfgeldjägerin mazaz hatte ihn geschnappt und er schaffte es mich davon zu überzeugen er sei ein fähiger luftschiffkapitän der mir bei meiner aufgabe helfen könne ich fand ihn unverschämt und großspurig und ungeschickt und irgendwie auch süß ich hätte mich nicht mit ihm einlassen sollen Das Herz ist ein schlechter Ratgeber, wenn es um Liebe geht. Wir hatten doch unten auch den einen Ofen. Ich denke, der wird wahrscheinlich... Hier hat es noch eine Dose und eine Dampfmaschine. Wo ist die Dose hier? Hm. Eine klebrig aussehende Dose mit... Irgendeiner Art von Schleim. Äh, okay. Im Elfenhain haben wir keine Maschinen. Aber Wilbur erzählte mal etwas davon, wie er als Kind dafür zuständig war, alle Maschinen im Gnomenbau zu ölen und zu fetten. Ich könnte mir vorstellen, das Zeug in der Dose ist solch ein Schmierfett. Ja, dann nimm es doch mit. Zack. So, jetzt schauen wir uns hier noch die Dampfmaschine. Wir sind damals nicht auf direktem Weg von Seefels in den Elfenhain geflogen. Wir haben einige Abstecher gemacht und uns Aventasien angeschaut. Einmal trieben wir drei Tage und Nächte über dem Meer, weil Nate und Wilbur versucht hatten, der Dampfmaschine mehr Power zu geben. Es war wunderbar. Au, 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 au. Die Ruhe, das Meer, das Mondlicht und die beiden Ingenieure, wie sie das Ding jeden Tag nur noch kaputter machten. Okay, schauen wir mal runter zu Mary. Die wird wahrscheinlich auch irgendwas für uns wissen. Na, geht's? Ja, genau, hier hat's den alten Ofen. Prinzessin Ivo? Was tust du denn hier? Hallo, Mary. Bist du hier, um Kapitän Nate erneut das Herz zu brechen? Hat er dir das erzählt? Er hat mich verlassen. Einfach so. Das ist doch lächerlich. Er liebt dich. Er ist voller Hoffnung von Bord gegangen. Und 30 Minuten später war er ein anderer Mensch. Du hast Nein gesagt. Richtig? Oh, oh. Er wollte mir also in der Nacht einen Heiratsantrag machen? Er hatte einen Ring. Und er hat sich einen feinen Anzug aus dem Schrank da genommen. Ja, ein Antrag mit allem drum und dran. Er war so nervös. Er hat den ganzen Tag heimlich geübt. Mindestens hundertmal hat er mich gefragt. Und ich musste sagen, wie es mir gefiel. Mich hat er kein einziges Mal gefragt. Nicht? Ich war überzeugt, deine Ablehnung war der Grund für unsere plötzliche Abreise. Ich, ich habe einige unschöne Dinge über dich gesagt. Aber Kapitän Nate wollte davon nichts hören. Als er mit dem Ring die Kajüte verließ, habe ich ihn zum letzten Mal glücklich gesehen. Oh je. Er ist einfach verschwunden, ohne ein Wort. Die Geschichte geht dann noch um. Und einen Heiratsantrag habe ich nie bekommen. Aber es muss doch etwas vorgefallen sein. Warum sollte er einfach gehen? Ich wachte auf und wollte rüber zu ihm. Aber Mutter fing mich ab. Sie erklärte mir, Nate sei in der Nacht ohne Nachricht verschwunden. Na, Mutter war's. Ich war mir sicher, dass es nur ein Missverständnis war und er zurückkehren würde. Aber er kam nicht. Oh Schätzchen, das ist ja schrecklich. Erst war ich verzweifelt, dann wütend. Irgendwann habe ich mir selber Vorwürfe gemacht. Ich bin eine moderne Elfenprinzessin. Warum heule ich wie eine dumme Göre, nur weil mich ein Kerl verlassen hat? Also, die Geschichte geht da noch wahrscheinlich ein bisschen weiter. Was war jetzt der Grund? Woran lag's? Und was hat euch nach Tugator verschlagen? Kapitän Nate ließ sich in Bonzing mit einem kleinen Kopfgeldjäger ein. Ein Gnom, glaube ich. Ich wollte es kaum glauben, als er mir den Kurs gab. Aber er meinte, es sei sehr wichtig. Das Wichtigste auf der ganzen Welt. Eine verfluchte magische Lampe war ihm also das Wichtigste. Als Tugator am Horizont erschien, hat Nate sich vom Kopfgeldjäger in Ketten legen lassen. So wie ich vom roten Piraten in Ketten gelegt wurde, als wir die Insel schließlich erreichten. Am nächsten Tag spürte ich, wie die Kette sich löste. Dann gab es viel Geschrei und Lärm. Und seitdem frage ich mich, was los ist. Und dann kam ich die Treppe hinunter. So ist es. Die Prinzessin, die meinem Kapitän so viel Kummer bereitet hat. Dachte ich zumindest. Okay. Ähm... Was immer der Grund für seine Flucht war, hätte mir nicht einfach ohne Erklärung den Rücken kehren dürfen. Nicht, dass ich ihn verteidigen will. Aber vielleicht hat er kalte Füße wegen eures Kindes bekommen. Ich wusste gar nicht, dass ihr schwanger seid. Ich gratuliere euch. Oh, das Kind ist nicht von ihm. Was? Du... Du verlogenes Miststück! Meinem Kapitän Nate schöne Augen machen und dann mit anderen herumhuren? Und ich gutgläubige Schnäpfe hätte dir deine Lügen beinahe abgenommen. Na, warte! Ach, guck mal hier. Das Bild ist ja cool. Wir hatten viel Spaß mit dem Schrank. Oder vielmehr mit den Kostümen da drin. Wir haben jeden Abend eine kleine Modenschau veranstaltet. Vor allem Vieh und Wilbur sahen die meiste Zeit zum Schreien aus. Eine schöne... Eine schöne Zeit. Okay, dann probieren wir jetzt noch... Können wir die Kartoffelchips nicht im Ofen anbraten? Öl und Fett werden zwar tatsächlich beim Kochen eingesetzt, aber... Ob das gemeint ist? Hm, was soll's. Okay, ähm... In den Ofen? Wahrscheinlich muss ich den aufmachen. Im Ofen glüht ein ganzer Haufen Kohlen. Vielleicht nicht genug, um der Mary Dampf zu machen. Aber sicherlich genug, um ein halbes Schwein mit Erdbeermarmelade und sauren Gurken zu grillen. Habe... Habe ich das gerade gesagt? Äh... Frittiere? Also schön. Große, hitze, kochendes Fett und dünne Kartoffelscheiben. Sollte funktionieren. Oh ja, man riecht es schon. Fertig. Wenn ich nicht wüsste, dass wieder nur meine Hormone sprechen. Ich würde mir glatt ein paar davon genehmigen. Ja, wir haben die erste Zutat gemacht. Unsere Kartoffelchips. Natürlich wird jetzt noch ein bisschen gesalzen. So. Als krönender Abschluss kommt noch das Salz auf die Chips. Richtig. Also wir haben unsere Kartoffelchips, gesalzene Chips. Ähm... Ja, die können wir jetzt dann im Orakel bringen. Und ich bin echt schon gespannt, wer da drin hockt. Ähm... Ja, aber das werden wir uns natürlich dann genau anschauen dann morgen. Ja, morgen. Gibt es dann die nächste Folge hier bei Book of Andrettes. Und ich lache immer noch über die... Über die eine Szene, wo es wie dann einfach aus diesem Büßer-Teil ist. Ich weiß... Ja, es war einfach die Situation. Ist das da hinten eigentlich Fuchur? Oder... Wer soll das genau sein? Naja, wir sehen uns morgen. Ich würde mich über ein Like freuen. Und ja... Bis morgen dann. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Bis dann.